Hallo, mein Name ist Timo Richardon, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne in Huchenfeld. Ich bin 37 Jahre alt. Warum ich für den Gemeinderat kandidiere? Weil ich ein Pforzheim gestalten möchte, in dem man gerne lebt, aber hier haben wir Nachholbedarf. Für den künftigen Gemeinderat gilt es, die Themen der Bürger aufzugreifen und unabhängig gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Sicherheit, Bäder, Schulen, Kitas, Gewerbegebiete, um nur einige zu nennen. Die Zeit der Diskussionen muss vorbei sein, wir brauchen Entscheidungen. Bei allen Aufgaben im Bereich der Kernstadt müssen wir auch die positive Entwicklung unserer Stadtteile unterstützen. Daran will ich mitwirken und freue mich über Ihre Stimme.